Black Mirror trifft auf Wes Anderson. Das ist Finetime, wo alles fein ist. Jedenfalls erscheint es so auf den ersten Blick. Doch was genau hat es mit dem Ende auf sich? Allons sehen eine Folge, die uns ganz besonders eine Sache bringt. Gesellschaftskritik. Hi, ich bin Nadja und heute tauchen wir in die Bubble der neuesten Doctor Who Folge Dot & Bubble ein. Eine Bubble, die der Bubble unserer Social Media Bubble sehr ähnlich sieht. Und ab jetzt könnt ihr einen Counter starten, wie oft ich heute Bubble sage. Ein Internatsplanet, auf dem Jugendliche und junge Erwachsene den gesamten Tag damit beschäftigt sind, Daten auszuwerten und sonst nichts zu tun, sondern mit einer Bubble um den Korb herumzulaufen, die sogar einem sagen, wo lang sie gehen müssen. Also so quasi eine 4D-Version von Google Maps. Diese Folge liefert Gesellschaftskritik vom Feinsten und wir werden uns mit zwei Hauptthemen befassen, die hier behandelt wurden. Nämlich einmal mit Social Media und dem Echo-Klammern, sowie dem Rassismus, dem der Doctor am Ende der Folge begegnet. Also rein in das Social Media und Echo-Klammern. In dieser Episode sehen wir eine sehr markante Kritik an Social Media und den Echo-Klammern, die diese sehr oft mit sich bringen. Auf dem Internatsplaneten Feindheim sind die jungen Bewohner in einer Blase gefangen, die ihnen ständig nur das zurückspiegelt, was sie ohnehin schon denken und glauben. Das erinnert sehr stark daran, wie wir Informationen im World Wide Web auch nur so lesen, wie wir eigentlich unsere eigenen Überzeugungen nur mit Argumenten füttern wollen und nicht darauf eingehen möchten, dass dort auch andere Meinungen oder sogar provundes Wissen, das das Gegenteil beweist, existiert. Diese Echo-Klammern sind besonders gefährlich, weil sie eine isolierte und homogenisierte Denkweise fördern, wie wir es gerade an Lindy sehen, die den Doktor bei der Gefahr dessen, dass er nicht zu ihrem Rich-Git-Universum gehört, sofort blockt und ihn gar im späteren Verlauf versucht, für dieses Slug-Monster verantwortlich zu machen. Kritisches Denken und Austausch unterschiedlicher Meinungen ist in diesem Zusammenhang eigentlich so gut wie gar nicht möglich. Diese Episode zeigt, wie die ständige Beeinflussung durch die Bubble die Personen und Bewohner von Feindheim daran hindert, eigene Gedanken, aber auch eigene Motivationen zu finden. Allein Lindy weiß nicht, wie sie ohne ihren Dot um ihre Bubble gehen soll, weil sie immer nur den Pfeilen folgt. Das ist etwas überdramatisiert, aber zeigt genau eben das, dass Leute das tun, was andere tun, quasi nach dem Motto, wenn er vor der Brücke springt, springst du auch von der Brücke? In dem Fall höchstwahrscheinlich ja. Diese Episode zeigt aber auch, wie die ältere Generation die Gen Z wahrnimmt, nämlich sehr überspitzt. Sehr überspitzt in dem Sinne, dass sie sich zu schade sind, zwei Stunden zu arbeiten und das auch nur, um die Akkus ihrer Bubbles und Dots aufladen zu können, damit sie weiterhin Daten konsumieren und einfach nur nichts tun können, außer im Social Media zu sein. Es scheint so, als würde man alle Social Medias gleichzeitig durchscrollen. Ein Dopaminschub vom Feinsten, dem keiner so wirklich entkommen will. Es wird beispielsweise davon ausgegangen, dass Arbeitskollegen im Raum sitzen und es wird sich digital mit ihnen unterhalten. Aber nicht ohne ihre Bubble, obwohl sie keine drei bis zehn Meter voneinander entfernt sitzen. Ein spannendes, umgesetztes Detail ist auch die physische Bubble von Feintheim. Die Bewohner sind nämlich auch komplett physisch, nicht nur mental, von der anderen Welt abgeschottet. Sie sind auf diesem kleinen Planeten und fühlen sich dort sicher und unantastbar, was dem gar nicht so ist. Sie sind gefangen in ihrer Utopie und sind auch gar nicht in der Lage, eine andere Realität zu sehen oder wahrzunehmen. Sie wollen es gar nicht. Sie sind gefangen in einer Bubble. Mental und körperlich. Und das Bild ist eine sehr starke Metapher dafür, wie einschränkend und isolierend Social Media ist, sagte die Content Creatorin, die gerade ein YouTube-Video macht. Das erinnert uns daran, dass wir oft auch im eigenen Leben, in unserer eigenen Bubble, wo wir uns wohlfühlen, gefangen sind und uns auch gar nicht aus dieser Komfortzone heraus bewegen wollen, in der Sorge, dass wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns vielleicht gar nicht so sehr gefallen oder uns eben dazu anregen, eine andere Perspektive anzunehmen. Schließlich sind die ganzen Algorithmen, die uns das vorspielen, was wir eigentlich sehen wollen, auch nur darauf trainiert, eben genau das zu tun. Hinzu kommt personalisierte Werbung, der Einsatz von künstlicher Intelligenz sowie Geräten, DVR-Brillen sehr stark ähneln. Hier kommt der Vergleich zu Black Mirror natürlich sehr nahe, auch wenn die Folge es nicht schafft, so konsequenzvoll zu sein, wie es eine echte Black Mirror Folge ist. Ein optisches Detail, was sehr spannend ist, ist auch, dass das Color Grading der Innenseite der Bubble einem Wes Anderson Film sehr ähnlich sieht, was natürlich für sehr spielerisch und fantasievoll, aber auch eben unrealistisch und harmonisch wirkt. Diese Unwirklichkeit zeigt auch der Charakter Lindy Pepper Bean, gespielt von Kelly Cook. Lindy ist ein perfektes Beispiel für die Oberflächlichkeit und Eindimensionalität, die viele Figuren in dieser Episode kennzeichnet. Sie verkörpert die reichen Jugendlichen von Feindheim, die in ihrer Bubble gefangen sind und kaum Interesse an der Außenwelt oder tiefgründigen Gedanken haben. Lindys Rolle ist tatsächlich darauf ausgelegt, den krassen Kontrast zwischen den Bewohnern von Feindheim und der Gutherzigkeit von dem Doktor und Ruby darzustellen. Ihre Handlungen und Entscheidungen sind oft sehr stark vorhersehbar und auch von sehr vielen Vorurteilen geprägt. Ich meine, sie verrät die einzige Person, die versucht ihr zu helfen, nämlich Ricky September, was nicht sein echter Name ist. Da Lindy an ihren oberflächlichen Ansichten und Vorurteilen festhält, hat eben auch leider keine wirkliche Charaktertiefe einen Platz in dieser Folge und ihrer Entwicklung, denn sie hat stets keine Entwicklung. Zu Ricky kommen wir später noch. Trotz dieser undankbaren und auf den ersten Blick unkomplexen Rolle, wie es scheint, von Kelly Cook schafft diese es aber Lindy mit einer gewissen Authentizität zu verkörpern. Sie bringt die Frustration und die begrenzte Sichtweise ihrer Figur überzeugend zum Ausdruck und schafft es dem Charakter eine gewisse Glaubwürdigkeit zu verleihen. Cooks Leistung lässt Lindys Charakter über die einfache Karikatur hinausstechen. Sie hat eine gewisse menschliche Seite, auch wenn diese von negativen Zügen geprägt ist. Und auch wenn wir eigentlich den Schneckenmonstern oder Aliens dabei gerne zusehen würden, wie sie Lindy verschlingen, so ist Lindy essentiell für diese Folge, aber auch eben für diese Gesellschaftskritik. Das genaue Gegenteil ist unsere Figur Ricky. September. Ob der jetzt wirklich so hart ist, weiß ich nicht. Für mich nicht. Aber das ist auch nicht gerade relevant. Er ist der einzige, der es schafft in Fine Time, ohne die Bubble auszukommen. Für ihn ist es eher eine Qual. Er bevorzugt es zu lesen und sich zu bilden und tatsächlich Dinge zu tun, die alle anderen nicht tun. Es unterscheidet ihn von allen anderen. Und ergibt Lindy somit auch die Chance, die reale Welt, auch wenn sie sehr eingeschränkt ist, in Fine Time zu erkunden. Ihre erste Umarmung, das Laufen ohne ihren Dot und ihre Bubble. Er sieht Fine Time eher als Job und nicht als sein primäres Leben an. Anders wie Lindy. Die Episode bringt auch eine interessante Wendung mit sich, während Ricky und Lindy versuchen, in Sicherheit zu kommen und Lindy tatsächlich erstmal darauf klarkommen muss, ohne Dot und Bubble zu leben und zu agieren. Es stellt sich heraus, dass die Bevölkerung von Homeworld auf Null gesunken ist. Das bedeutet, dass die Kids abgelenkt wurden, während der Heimatplanet komplett zerstört, verwüstet und ausradiert wurde. Da stellt sich halt eben die Frage, wer hat die Slugs dorthin gebracht? Wer hat die Slugs programmiert? Wer steckt hinter den Slugs und wie mächtig sind diese Dots eigentlich, die schlussendlich auch wie eine Killermaschine funktionieren und es nicht unbedingt diese Schnecken braucht, die die Kids fressen? Und da kommen wir wieder auf ein gemeinsames Thema, was in dieser Staffel schon sich ein bisschen so durchzieht. Nämlich, dass wir es mit nicht nur Lindy, sondern mit einigen anderen Überlebenden in diesem tollen Fine Time zu tun haben, die nun Waisen sind. Und das Waisenthema zieht sich ja schon mit Ruby über einige Folgen. Doch wo genau der Zusammenhang ist und ob sich daraus noch etwas weiteres entwickelt, bleibt erstmal in den Sternen. Im Übrigen sind die Slugs eine physische Darstellung, die nur mit CGI verfeinert wurden. Sie sind das, was sich Doctor Who an Horrorelementen erlauben kann. Allerdings bringen diese Slugs auch sehr viele Plotlöcher mit sich. Denn die große Frage ist auch, wie sie dahin kamen und wer dahinter steckt. Es fühlt sich sehr random an und da gibt es keinen Aufbau und kein Establishment und keine Hinweise. Schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare, bevor wir zum zweiten Thema in dieser Folge kommen und dem Ende dieser Folge. Und wenn ihr keinen Bock habt, einen Kommentar zu hinterlassen, folgt mir gerne auf Instagram. Ein weiteres zentrales Thema dieser Folge ist der Rassismus, dem der Doktor begegnet. Bei diesem Ende wird besonders deutlich, dass die Bewohner von Feindheim dem Doktor nicht vertrauen, weil er nicht aus ihrer Bubble stammt. Vielleicht sogar, weil er eine Person of Color ist. Dieses Misstrauen gipfelt in einer zutiefst rassistischen und homophobischen Einstellung, die sich durch die gesamte Episode zieht. Der Doktor wird blockiert und mit Vorurteilen konfrontiert, die ihn als Außenseiter stigmatisieren. Es gibt also einen tief verankerten Rassismus. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Rassismus nennen sollte. Homophobie ist es auch nicht. Aber auf jeden Fall einen Hang zum Mobbing, der sich an Menschen richtet, wie den Doktor, die nicht aus dieser Rich Kids Bubble kommen. Der dreht sich jetzt nicht so stark gegen Ruby, deutlich mehr an den Doktor. Es ist so eine Mischung aus Mobbing, der halt eben zu weit geht. Weil wir uns hier nicht mehr bei Kids sind, sondern halt eben auch schon teilweise bei Erwachsenen. Nennen wir es mal Rassismus. Wir können das gerne auseinander pflügen, ob es so ist. Es ist bemerkenswert meiner Meinung nach, wie Nsutti Gatwa diese Frustration und den Schmerz des Doktors in seine Rolle verkörpert. Denn in diesem Ende, dieses Spiel, wo er mit der Dummheit klarkommen muss, dass diese Verbleibenden von Feindheim gerade in ihren Tod rennen, mit diesem Boot. Einzig, weil sie ihm nicht vertrauen, weil sie ignorant sind und Vorurteile gegen ihn haben. Der Rassismus in dieser Folge ist erschütternd und zeigt, wie Menschen davor fliehen, neue Dinge zu akzeptieren oder sich mit unbekannten Dingen und Personen auseinanderzusetzen. Die Reaktion des Doktors, seinen Frust nicht komplett rauszulassen, sondern sich dagegen zu wenden und trotzdem seine Hilfe anzubieten, drüber zu stehen und der Bessere zu sein, die anderen dumm sein zu lassen und versuchen trotzdem ein gutes Wesen zu sein mit einem guten Herzen. Das ist schon sehr emotional und das ist so stark von Nsutti gespielt, obwohl er so wenig richtiges Screentime hat. Ich zähle dieses Hologramm nicht wirklich als Screentime, denn man sieht nicht viel von seiner Emotionalität in diesem kleinen Fensterchen. Er weint nämlich und nicht nur für sie sich selbst, sondern auch für die Kids, die gerade in ihren Tod stürzen und auch Ruby weint mit ihm mit. Denn es ist erschütternd, es ist traurig, dass man diese Leute leider in ihren Tod schicken muss, weil sie nicht einfach anders hören wollen, weil sie glauben, sie wären etwas Besseres, was sie nicht sind. Des Doktors Frustration über diese Dummheit und Banalität sowie der Rassismus, den er erwähnt, wird eindrucksvoll von ihm gespielt und es gibt ihm definitiv diesen Credit, denn er hat hier gezeigt, wie gut er für diese Rolle gemacht ist. Unabhängig davon, wie schwer am Anfang allen gefallen ist, ihn zu akzeptieren, besonders mit dem Einstieg einer sehr banalen Space Babies Folge. Diese Folge schafft es, Rassismus und Isolation smart miteinander zu kombinieren, zusätzlich eben auch mit der Verbindung von Social Media, ja, die eben zur Isolation führt. Die Bewohner von Feindheim sind so sehr in ihrer Bubble eingeschränkt, dass sie nicht in der Lage sind, andere Menschen und auch andere Kulturen oder eben Herangehensweisen zu akzeptieren, die ihnen ein weiteres Leben ermöglichen können. Es führt zu einer tragischen Wendung und zu tragischen Konsequenzen, die sie höchstwahrscheinlich auch in den Tod führen werden, denn ich glaube nicht, dass wir die Kids nochmal sehen werden. Dort und Bubble ist eine kritikreiche, aber auch kontroverse Folge, denn sie bindet uns mit ihrem Narben sehr stark eben diese Gesellschaftskritik auf die Nase. Und man muss für sich selbst entscheiden, ist es zu sehr in your face oder ist es gut gemischt, wie es dargestellt wird. Es zwingt uns ein klein wenig darüber nachzudenken, was Social Media mit uns macht, wie es uns einengt, isoliert und was Echo-Klammer mit uns machen und lässt uns vielleicht auch darüber nachdenken, wie man es anders machen kann oder vielleicht tun sollte in der Zukunft. Haben wir selber in der Vergangenheit so gehandelt? Tun wir es aktuell? Wollen wir in der Zukunft so handeln, wie Lindy und Co. aus Feintime? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Feintime aussehen würde. Was ist eure Echo-Klammer, in der alles so ist, wie ihr es euch wünscht? Meine Echo-Klammer erfahrt ihr in der nächsten Folge bei meinem nächsten Recap zum Einstieg. Vergesst also nicht zu abonnieren. Aber bevor wir zum Ende dieses Videos kommen, hier noch einmal ein kleines Easter Egg. Ein Twist zum Abschluss. Nämlich Susan Twist, die nun eine andere Rolle eingenommen hat. Nämlich die Rolle der Mutter von Pepper Bean von Lindy. Der Doktor sagt explizit, sie war das Robot-Interface und Ruby sagt, sie hat sie auch schon woanders gesehen. Nun ist es die Frage, ob sie einfach nur ein anderes Hologramm, eine andere KI ist wie bei Boom. Wir sehen schließlich in einem Frame, dass die Homeworld übernommen wurde von den Slugs und die Population auf null gesunken ist. Das bedeutet, dass sie ja eigentlich gar nicht leben kann. Außer sie ist wirklich die Mutter oder so oder ein Zwilling oder ein Klon, der vor dieser Invasion noch kurz eine Nachricht ausgesendet hat. Was sind eure Gedanken? Funktionieren eure Theorien, die sich über diese Staffel gehalten haben noch immer? Schreibt es wie gesagt immer noch gerne in die Kommentare. Und jetzt aber verteilt euch in eurer um mich geformten Bubble und schaut auch gerne in meinen anderen sozialen Medien vorbei, die ich unten in der Infobox verlinke. Und ich kann kein Deutsch mehr, weil ich auch nicht ohne Skript arbeiten kann manchmal. Wie ihr seht, man hat so seine Echo-Klammer, man hat so seine Isolierungen und Einflüsse, die Social Media verursachen. Discord, Instagram, TikTok, X und Threads. Folgt mir dort. Bis zum nächsten Video.